wir waren gestern im großen moor sind auch gestorben ja ja das waren zu viele gegner auf einmal ich bin jetzt gerade am überlegen geht es hier ins nächste gebiet ich glaube schon nein die wollte ich doch nicht aufheben hier ist immer noch das große moor stimmt du hallo ja 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 und da kommen wir nicht rüber toll super aktion da kommen komm mal her okay ich glaube kommen wir hier irgendwie lang riesen zauber wir müssen hier unten noch mal gucken weil hier haben wir ja noch nicht alles entdeckt okay das geht immer alles klar das war immer so viele mobs auf einmal kommen und schon wieder ein hallo nein 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 die wird nicht gestorben alter auch bleibt doch mal da ich will doch erst mal aufheben so guten halt rangen immer mit was haben wir hier noch wie viel platz haben wir noch zwei gute heiltranken heiltrank und die forke ok hier also dieses gebiet gefällt mir nicht aua du darfst jetzt anfangen so hier oben ist gott sei dank schluss danke da drüben waren wir schon hier auf der brücke waren wir auch kurz gewesen glaube ich ok wir sind jetzt einmal hier runter gelaufen hier rüber da hoch ok jetzt ist die frage guck mal erstmal hier drüben was schlechter gültel kann behalten ist hier oben noch irgendwas ich wette ja da ist eine brücke wette wette den treffen ja 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 ihr mich auch gegen mich auf dem pisster und mit einem scheiß feuer spucken zersetzer kopf leichter halltrank muss mal kurz gucken und er läuft schon wieder da hoch kurz später was ist das feuer widerstand wir haben hier kein feuer geht es auch ein schade okay hier haben wir abgedeckt kommen wir mal hier drüben da geht es leider nicht weiter ja ich weiß jetzt nicht sollen wir hier drüben noch gucken oder so ein schatz nix drin toll so hier ist so hier ist uns nichts da drüben ist gar nichts weil das hätte man auch einfacher haben können gut dann weiter nach oben ich habe angst hier oben zu sterben weil wenn ich mir den weg hier angucke den wir zurückgehen müssen er ist nur die frage links oder rechts also über den fluss oder hier weiter machen wir erst mal hier weiter hier liegt sonst nichts ich mag das gebiet nicht okay hier ist ende dann zurück hier über die brücke hallo bleibst du erst mal bei mir bitte haben wir hier kämpft ja haben wir alter hau ab da kaum noch mehr wo kommen die denn alle her ist hier ein netz das hört sich auf auf die dinge da hau 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 so haben wir hier noch was liegen in guten halter an sehr schön hier geht es noch weiter alter ja sehr gut ich würde ja nichts aufheben ich kann nicht noch mehr tragen leckt mich doch so hier haben wir nichts mehr gemetzel ich muss unbedingt was trinken so haben wir jetzt gerade mal ein bisschen ruhe näher haben wir noch nicht das sind die die von der anderen seite aus ja wir sind doch hier lang gelaufen und die haben geschossen schriftrolle des stadtpartals mitnehmen hier sonst nichts hier oben noch mehr von den kranken pissen ja alter bist du nicht verarschen ich versuche jedes mal diesen scheiß idioten hier an zu visieren ihr wisst was das bedeutet wie weit das portal entfernt ist wir laufen dann morgen dahin erzähl 1 1 2 3 4 4